Grüezi miteinander, Gnaseela, e cordial benveni a nosa show. Die bekannte Modelgruppe Mailanders, die gerade von Paris zurück sind und jetzt auf dem Weg nach Mailand an die Gianni Versace-Modeshow sind, haben sie da gefragt worden, da in diesem Tiss aufzutreten. Unsere Models freuen sich riesig. Das ist doch mal etwas anderes, bei einem Familientreffen schöne Kleider vorführen zu dürfen. Einen Kleiderkatalog haben wir einen Kleiner für den Tag zusammengestellt. Wenn Sie aber Fragen oder Interesse an mein Kleid hätten, melden Sie sich nach der Vorstellung bei mir. Mit den Models können Sie sich leider nicht treffen. Sie sind alle unter Vertrag und dürfen nicht anderswärtigen Verpflichtungen nachkommen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Vergnügen und Spass. Achten Sie auf jedes Detail. Unsere Models sind von Kopf bis Fuß attraktiv. Die einen sind wohlgeformt, die anderen ein bisschen stief. Ob schwarz, blond oder brun, ihr glauben es nicht. Und fast jeder kommt von Tromm. Und jetzt einen kräftigen Applaus für die Lisa. Sie zeigt uns ein Sprinkkleid für heiße Sommer. Und jetzt einen kräftigen Applaus für die Lisa. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.